Von der Redaktion über die Produktion hin zum perfekten Ergebnis der Lern- und Erlebniswelten und POS-Materialien betreuen, planen und koordinieren wir den gesamten Prozess. Wir übernehmen auch die Organisation und Logistik der individualisierten und regional angepassten POS-Maßnahmen. Wenn am Ende alles so zusammenkommt wie geplant, dann haben wir unsere Mission erfüllt. Untertitelung des ZDF, 2020